Narzissmus und der unendliche Schmerz des Partners. Herzlich willkommen hier im Blickwinkel, meine lieben Zuschauer. Machen wir heute weiter mit meiner Lesereihe, die sich jetzt auch so langsam dem Ende neigt. Du kannst das Ganze auch wieder übersetzen auf die Gesellschaft. Narzissmus und der unendliche Schmerz der Völker. Ich wollte euch gern mal hier das Vorwort vortragen und etwas aus dem ersten Kapitel. Dieses Buch entstand nach zahlreichen Recherchen zum Thema Narzissmus in der Partnerschaft, Liebessucht und Coabhängigkeit in Beziehungen. Es geht darum, den Mechanismus zu verstehen, weshalb wir Menschen anziehen, die eine Persönlichkeitsstörung aufweisen oder die uns nicht guttun. Der tiefe Schmerz, den die Partner von Narzissen fühlen, ist zerstörend und für Außenstehende nicht nachvollziehbar. Die Begleiterscheinungen wie Isolation, Scham, Schuld, Schmach, Leere, Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit, die diese Beziehungen mit sich bringen, verschwinden auch dann nicht, wenn die Beziehung beendet wurde, sondern sie verstärken sich sogar, weil die Partner ein Traumabonding davon tragen. Sich wiederzufinden, erscheint aussichtslos. Das Buch habe ich für Menschen geschrieben, die wissen wollen, weshalb sie sich zerstört fühlen und wie sie an diesen Punkt kamen. Es gibt Ansätze auf, einen Weg aus dem Chaos zu finden. Es ist nötig, an sich zu arbeiten, zu reflektieren und den Sinn dahinter zu verstehen. Für Menschen, die noch zu verstrickt sind, könnte das Buch zu schonungslos sein. Deshalb eine Triggerwarnung. Es besteht die Gefahr, dass sie mich falsch verstehen, wenn ich sage, dass sie ihren Narzissten unbewusst dazu einloten, sie schlecht zu behandeln. Wenn sie noch im Traumabonding gefangen sind, besteht außerdem die Gefahr, dass sie den Sinn nicht verstehen und sich durch die harten Tatsachen der Realität angegriffen fühlen. In diesem Fall ist es besser, dieses Buch erst dann zu lesen, wenn sie sich dazu in der Lage fühlen, sich auf die Schliche kommen wollen. Der Narzisst soll nicht in Schutz genommen werden. Seine Manipulationstechniken sind perfide und grausam. Aber sie dürfen verstehen lernen, dass sie mit ihm in Resonanz gingen und es einen Grund dafür gibt. In der Hoffnung, dass sie erkennen, welche Bühne sie betraten, als er in ihr Leben kam, lade ich sie ein, daran zu wachsen und sich zu befreien. Einwand, Männer, drehen es einfach um, ich habe aus der Sicht einer Frau geschrieben. Kapitel 1 Woran erkenne ich einen Narzissten? Ein Mensch kann genetisch und oder verhaltenstechnisch prädispositioniert sein. In der Mehrzahl entwickelt ein Mensch narzisstische Verhaltensweisen, um sich vor Übergriffen und Missbrauch in der Kindheit zu schützen. Narzissmus ist eine Vermeidungsstrategie, die dazu dient, den Schmerz und das Leid abzuspalten, um überleben zu können. Wenn man sich vor Augen führt, dass der Narzisst, der ihnen Schmerz und Leid bescherte, selbst einmal in einer ausweglosen Situation war, die es ihm unmöglich machte, Gefühle zuzulassen, nimmt man dem Schrecken ein wenig die Macht. Das ist keine Entschuldigung für würdeloses Verhalten ihnen gegenüber, sondern eine Feststellung. Herr Dr. Haller benennt Eigenschaften von Narzissten, die er unter den bekannten vier E's aufzählt. Egozentrismus, Empathiemangel, Empfindlichkeit, Entwertung. Diese Eigenschaften stehen konträr zu einer Partnerschaft. Ein liebevoller Mann ist nicht egozentrisch und kann sich in seine Frau einfühlen. Er nimmt Rücksicht auf sie und reagiert nicht überempfindlich, wenn sie konstruktiv mit ihm diskutiert, sondern er hört ihr zu und geht auf das Gesagte ein. Den Partner zu entwerten, dient der Destabilisierung und Verunsicherung und zerstört dessen Seele. Es steht außer Frage, dass die oben anstehenden Eigenschaften das Vertrauen in eine Partnerschaft zerstören und sie erheblich belasten. Frage, wie erkennen Sie einen Narzissten? Antwort, auf den ersten Blick leider gar nicht. In der Literatur wird oft über den offenen Narzissten, sprich den malignen Typus, berichtet. Meines Erachtens ist der verdeckte, vulnerable Narzisst, auch der Wolf im Schafspelz genannt, gefährlicher als der offene, weil er in der grauen Masse unerkannt mitschwimmt. Man ahnt nicht einmal sein grausames Potenzial, welches sich in Partnerschaften entlädt. Der offene Typ ist leicht zu erkennen, auch wenn Sie sich ihm nicht entziehen können. Er ist laut, fordernd und offen rücksichtslos. Der verdeckte Typus hingegen scheint still, freundlich, hilfsbereit und gütig. Eine böse Falle. Narzissten sind anfangs überaus charmant, witzig und aufgeschlossen und sie erscheinen vertrauenswürdig, liebevoll und charismatisch. Dafür tun sie sehr viel. Ein Narzisst ist der perfekte Verführer. Zu Beginn gibt er Gas. Er ist der beste Zuhörer, den sie je hatten. Er bringt sie zum Lachen und er geht auf sie ein. Sie haben das Gefühl, ihren Seelenpartner gefunden zu haben. Diese erste Phase im toxischen Zirkel ist die Lovebombing-Phase. Nie wieder werden sie sich so gut fühlen, wie in dieser Zeit. Warum er das hinkriegt? Weil er sie spiegelt. Spiegeln heißt, dass er ihnen ihre eigenen, liebevollen und gütigen Gefühle zurückwirft. Sie fühlen sich plötzlich gut mit sich und denken, dass sie sich gut mit ihm fühlen. Er löste diese guten Gefühle in ihnen aus, damit sie sie fühlen können. Sie erkennen sich und ihre Stärken in ihm. Und das lässt sie enorm glücklich sein. Er spiegelt ihre guten Eigenschaften und ihre Stärken. Weil ein Narzisst ein Brauchender ist, der ein fragiles Selbst hat, fragt er sie während dieser ersten Phase bewusst und gezielt nach ihren Vorlieben und Abneigungen aus. Das ist kein Interesse an ihrer Person, sondern ein Interesse daran, was sie im Stande sind, ihm zu geben. Haben sie genügend Potenzial, seine innere Leere zu füllen und seine Defizite auszugleichen? Während sie noch im siebten Himmel schweben, überlegt er, wie er sie für sich einsetzen und damit benutzen kann, um sich selbst besser zu fühlen. Er checkt ihre Stärken und Schwächen, um herauszufinden, was für ihn dabei herausspringt. Wenn sie eine starke Persönlichkeit sind, wird er sich eventuell nach einem grandiosen Abend nicht wieder melden. Sie zerbrechen sich den Kopf, warum er abgetaucht ist und nicht einmal auf ihre SMS geantwortet hat. Sie hatten großes Glück, auch wenn es sich im Augenblick nicht so anfühlt, denn sie haben sich eine Erfahrung erspart, die ihre Seele hätte zerstören können. Er hat gecheckt, dass sie als Energiespender nicht taugen. Sie waren schlicht und ergreifend nicht unterwürfig genug oder einfach zu selbstbewusst. Vielleicht waren sie gut drauf und haben einen Spaß auf seine Kosten gemacht. Wer weiß, ein Narzisst hat ein fragmentiertes Selbst und er wird sich nicht damit aufhalten, eine schwer erziehbare Frau zu daten. Ausnahme, wenn er gebunden und seine Frau unterwürfig genug ist, dass er seine destruktive Seite ausleben kann, dann traut er sich auch an eine selbstbewusste Frau heran, um zu schauen, ob er sie knacken kann. Sie ist dann für ihn eine große Herausforderung, die er nur dann eingeht, wenn er im Hintergrund gut aufgestellt ist und sofort tanken kann, wenn sie ihn abweist. Unter anderen Umständen, beispielsweise als Single, kann er sich eine Zurückweisung nicht leisten. Es würde sein ohnehin fragiles Selbst erschüttern. Haben Sie mit diesem Exemplar noch keine Erfahrungen gemacht, dann werden Sie nicht erkennen, wen Sie vor sich haben. Sie werden von ihm begeistert sein, weil er wortgewandt und weltmännisch das Ruder übernimmt. Sie werden denken, dass Sie jemanden gefunden haben, der mit Ihnen auf einer Welle ist. Möglicherweise ist Ihnen Ihr letzter Kandidat noch gut in Erinnerung, der schüchtern in der Ecke saß und Sie anhimmelte. Leider wusste er nicht, wie man eine tolle Frau wie Sie unterhält. Oder der andere Typ, der scheinbar Angst vor Ihnen hatte, weil Sie eine starke Frau sind. Ein netter Mann, aber das Gefühl, das der Narzisst in Ihnen auslöst, hat eine ganz andere Dimension. Wenn das so ist, dann schalten Sie die Alarmanlage nicht aus, sondern überprüfen Sie, ob sie doch TÜV hat und gut funktioniert. Da es schwer ist, einen Fremden richtig einzuschätzen, kann man an einem Narzisst nur vorbeikommen, wenn man sich Zeit lässt. Viel Zeit. Damit meine ich circa drei Jahre. Die Kennenlernphase kann nicht lange genug dauern. Der Narzisst braucht keine Zeit, wenn er einen Plan hat. Er braucht ein Objekt zur Versorgung seiner Bedürfnisse. Punkt. Wenn Sie eine Frau sind, die auf Ehrlichkeit und Vertrauen setzt und an einen Narzissten geraten ist, kann das ihr gesamtes Leben aus der Bahn werfen. Die leichtsinnige Begegnung kann für Sie zur Katastrophe werden. Deshalb beschäftigen sich inzwischen immer mehr Menschen mit dem Thema Narzissmus. Bitte seien Sie, gerade wenn Sie auf Partnersuche sind, auf der Hut, wenn jemand zu gut erscheint, um wahr zu sein. Wenn es wahr ist, dann wird es auch in drei Jahren immer noch wahr sein. Ein Narzisst hat keine Geduld, lange darauf zu warten, um an Energie zu kommen. Er braucht sofort ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und ihre Ressourcen, weshalb er sie lovebompt. Das tut er genauso lange, bis er hat, was er braucht. Wenn Sie verliebt sind und beginnen, alles für ihn zu tun, dann weiß er, dass er sie am Haken hat. Nun beginnt die Entwertungsphase. Zunächst subtil, dann offen. Sie werden nicht glauben, was für ein grausamer Charakter sich bald hinter seiner wunderschönen Fassade entpuppt, wenn Sie die Zeit nicht abwarten. Die Mechanismen beschreibe ich später ausführlich. Sie sind so simpel wie gruselig und vor allem merken Sie nichts davon. Sie erkennen einen verdeckten Narzissen nicht auf den ersten Blick, sondern meistens viel zu spät. Deshalb ist es wichtig, sich viel Zeit zu nehmen, um sich gut kennenlernen zu können. Achten Sie besonders darauf, was er tut und nicht, was er sagt. Narzissen sind Blender, die nur darauf aus sind, Energie zu beziehen. Sie geben nie länger, als sie müssen, um an ihr Ziel zu gelangen. Das bedeutet, dass sie schnell aus der Puste kommen. Lehnen Sie sich entspannt zurück und beobachten Sie ihn. Lieben Sie das Bild, welches Sie von ihm haben, aber lassen Sie ihn nicht in Ihr Herz. Hetzen Sie nicht. Alles liegt im Anfang. Man kann auch sagen, der Zauber des Anfangs. Sie können sich 30 Jahre toxischen Kummer ersparen, wenn Sie sich zu Beginn viel Zeit nehmen. Ein Narzisst ist niemand, mit dem man leichtfertig mal eben umgeht, den ein Therapeut hinkriegt oder den Sie mit ihrer Liebe heilen. Er ist ein seelisch gestörter Mensch, der seine Gefühle abspalten musste, um zu überleben. Wenn er sich in Gefahr sieht, wird er um sich schlagen, auch wenn es Sie trifft. Und er wird Sie treffen, weil Sie seine Triggerpunkte aktivieren werden. Er hat auf sein Gefühlsleben größtenteils keinen Zugriff mehr. Wie sollten Sie an ihn herankommen? Seien Sie nicht gleichsinnig. Selbst gute Therapeuten beißen sich an einem Narzissen die Zähne aus. Bedenken Sie, dass Sie einen Mann fürs Leben wollen, eine bereichernde Beziehung. Spielen Sie nicht die Therapeutin. Die Manipulationstechniken des Narzissen stellen selbst die besten Vernehmungsmethoden eines Kriminalermittlers in den Schatten. Für ihn geht es um Leben und Tod, weshalb er anfangs ein Schauspiel inszeniert. Er braucht Ihre Liebe und Güte, weil er leer ist. Das ist traurig für ihn und schwer vorstellbar für Sie. Aber es gibt nichts, was Sie daran ändern können. Für einen Narzissen ist es so. Entweder er oder sie. Das ist seine Denkweise. Das können Sie in dem Buch Interview mit einem Narzissen von mir nachlesen. Sein Plus ist ihr Minus. Sie sind beide auf seiner Seite. Damit hat er Macht und Kontrolle. Ohne dass Sie es ahnen. Oft dauert es Jahre zu erkennen, was eigentlich los ist. Jahre der Zweifel. Jahre, in denen der eigene Selbstwert verloren geht. Jahre, die abhängig und krank machen. Narzissmus ist eine hässliche Fratze, die Sie erst dann erkennen, wenn es zu spät ist. Darum nehmen Sie sich Zeit. Es geht um Ihr Leben. Es gibt Literatur, in der nachzulesen ist, dass eine simple Frage einen Narzissen sofort entlarvt. Die wäre, auf einer Skala von 1 bis 7, wie narzisstisch sind Sie? Demnach gäbe ein waschechter Narzisst eine möglichst hohe Zahl an, weil er stolz darauf ist, ein Narzisst zu sein. Sicher gab es zu dieser Studie eine entsprechende Teilnehmerzahl, die dieses Ergebnis erbrachte. Verlassen sollten Sie sich darauf nicht. Erstens sind Menschen unterschiedlich und zweitens machen Menschen täglich neue Erfahrungen. Vielleicht hat ihm seine Ex diese Frage einmal gestellt und er antwortete mit 7. Beim zweiten Mal wird er empört darauf reagieren und von Narzissmus noch nie etwas gehört haben wollen. Es bringt Sie nicht weiter, nach diesem Prinzip vorzugehen. Halten Sie die Augen offen und beobachten Sie Ihren Auserwählten. Mit ein wenig Hintergrundwissen werden Sie nach einer gewissen Zeit wissen, mit wem Sie es zu tun. Untertitelung des ZDF, 2020